Ja, willkommen zu einem neuen Farmerama Videos von meiner Seite aus. Ja, was hat sich auf meiner Farm getan? Nicht viel, also neue Fläche ist ja da. Ich habe mir die Krakenwahl zweimal geholt. Ja, die Pflanzen hatte ich schon. Mir gut zurecht geholt. Wie ihr seht, lange geht das noch? 234 Stunden. Ja, bei dem aktuellen Event, das jetzt auch noch ein paar Tage anläuft. Dieses Leuchtkäferfest, da habe ich alles geschafft heute Mittag. Ja, das war nicht... Erst dachte ich, ich schaffe das nicht, aber ich habe es geschafft. Richtig problematisch waren die weißen Kühe. Hm. Was sonst noch so war? Ihr seht ja, jetzt habe ich hier keine weißen Kühe mehr. Habe ich alle abgegeben. Jetzt ernte ich mal. Ja, hm. Letztens habe ich mir auch mal wieder so für Tulpgurden mal ein paar Bäumchen gekauft. Und einen Grapefruitbaum erhalten. Und natürlich den anderen. Und durch dieses aktuelle Event habe ich jetzt auch die Bäume bekommen, die ich auch brauchte. Die Achatscha. Und Wo setzen wir den mal? Da setzen wir den mal raus, den einen Goldblattbaum. Und setzen dafür... Oh, haben wir ihn. Ihn hierhin. Ja, und wie ihr seht, habe ich immer noch reichlich Rätselbäume durch die Events bekommen. Alleine fünf wieder fünf Mekongs. Ah, ich muss mal gleich aktualisieren. Sorry, dass ich das jetzt während der Aufnahme mache. Muss aber sein. Spimmt mal wieder. Hm. Also. Okay, jetzt geht's wieder. So. Aber wie ihr seht, jetzt... So. Mach ich das mal eben. Ja, und vier neue Farmhallen-Quests. Sind die auch da. Da habe ich auch schon einiges gemacht. Habe ich mir hier schon einen Sticker geholt. Da würde ich auch alles machen. Allein, weil ich mir das Ding hier oben will. Krankenweil-XL. Hier mache ich alles nur wegen... Sternchen und so. Sechs Kranken-Saugknöpfe habe ich schon. Oh. Hier könnte ich auch wieder... Okay, hier war ich auch noch nicht. Oh, hier kriegt man auch... ...ne Krakenweide. Auch nicht schlecht. Ah, ich gehe hier mal alles durch. Das war... ...Quest-Reihe Nummer zwei. Das ist jetzt... ...Quest-Reihe vier. Hier kriegen wir auch wieder eine XL-Variante. Party-Tickets. Super-Futter. Ah, hier muss ich noch einiges zusammenkratzen. Tipp, 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 Tipp. Wo haben wir dich denn? Ach da. Ein bisschen Musik untermalen. Wo bist du? Nee, das bist du nicht, nein, nein, ich weiß nicht, ob ihr das dann auch mögt, aber gerade dieser eine Song hier, ah, ich brauche jetzt nur noch die Nektarina, Schlevenfrucht, ja, aber was ich auch echt gut finde, oh, ah, beim Adrenalin-Junkie, kann ich jetzt auch das Tier benutzen, mhm, weil das gab es ja auch zu gewinnen, wo hab ich dich denn, bei den aktuellen Event das noch läuft, ihr seht, ein Gürteltierbau, was gab es da noch, tipp 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 tipp. Ich zeig' euch mal, so, da, oh, also ihr seht jetzt was von Pharma-Rama-Fans. Ja, na, ja, wo war ich denn hier zu stehen? Ah ja, hier. Okay, wo war das jetzt? Ah, hier, hier seht ihr was, was, die Abgabemenge? Allein bei dem hier hatte ich echte Probleme, die überhaupt zusammenzukriegen. Alles andere war kein Thema, das hatte ich. Ja. Ihr seht. Hm, das ist der Sanddorn. Linde gab's auch. Die Items. Aha. Mittelbaum Mekong. Deine Attacher, ja. Die hat mir gefehlt. Ja, und hier ist halt der Gürteltierbau. Oh. Können wir mal wieder zurück auf die Farm. Ah, noch 24 Minuten, aber das will ich euch nicht antun. So, das ist ja der neue Design des Jack Shops. Wo haben wir dich denn? Auf das, das will ich jetzt haben. Gruselige Koffermanufaktur. Erst wollte ich den hier, aber dann hab ich festgestellt, ah, den hab ich doch im Vondementar. Den will ich mir auch noch mal holen. Da hab ich drei. Aber erst mal den hier. Den will ich mir auch noch holen. Hm. Irgendwann mal. Ja. Mal kurz Tab nehmen. So, jetzt sieht das schon mal besser aus. Tja. Mehr gibt es hier nicht zu sagen, also. Bis zum nächsten Mal. Euer DJ Potion bei Famarama.